der stürme und ich bin falsch strand der stürme hier sind irgendwelche teiche das macht ja gar keinen sinn aber das verstehe nicht warum ist denn hier auch inselstürme ist die gleiche quest okay warte 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 peinlich nicht ganz warum ist denn die gleiche quest an zwei orten muss ich ach so muss ich jetzt das eine teil holen und dann ist es eine nachfolge quest dass ich dann hier herkomme kann das sein das kann ja sein dass das ein teil der quest also dann geht es hier weiter das kann ja sein okay das ist krass mit der gesundheit oder müssen wir halt zuerst hier hin kein problem dann müssen wir halt nach oben links irgendwie müssen wir schauen dass wir irgendwie oben links und kommen habe ich ja nur gewundert weil die quest weiter wirklich fix oder sie hat doch ein bisschen anders aber ich habe nur ich habe nur eins also ich habe nur eine quest und das sind zwei auf der karte deswegen hat es mich gewundert aber ist gut da haben wir noch ein bisschen gekämpft und bis level gemacht ich denke ich gehe mit dem scheiß level ein bisschen daher ist denn du für eine einfach da abseits stehen und und böllern jetzt das ist das immer die liebsten soll ich das jetzt so an sie das eine gebiet war nicht balanced ich habe jetzt nicht irgendwie was die stärke ist oder lag hier nicht im schaden sondern lag daran dass ich dann einfach one shot war eine zeit zum schaden weil ich immer ausweichen musste egal noch eine zeit quest ultra hallo der sagt doch hallo oder finde die gestornte mannschaft das ist direkt im gleichen gebiet passt jetzt jetzt sind wir am strand der störme jetzt sind wir am richtigen gebiet ich bin gespannt was hier so schön ist auf uns wartet ich merke es halt weil ich nicht so sehr struggle mit den heiltränken da musste ich bei bei jeder begegnen des gegners immer heiltränke nehmen aber wirklich und es gibt nicht so viele lite hier irgendwie diese nervigen mob sind ja nicht so krass nervig die sind zwar wild mit dem mit dem hin und her waschen oder chargen aber es geht aus der gestalt heraus sage ich oder nach so langer zeit okay gürtel der hoffnung zeigt mir jetzt wieder zwei questern hier ist irgendwas was ist denn hier wieder los was ist denn hier ach so so viele fähigkeiten zum östlichen altar muss ich das bringen was ist hier sie reden und sie leute zum gestorben kapitän zurück her der nacht der mensch zurück in der stadt der bericht ok ok und hier muss ich hier muss ich gar nicht mehr hin und schlicht schreien bringen dass man am montag schreien zurück ok doch doch aber ich würde ich kann dann diese dinge abgeben oder erst mal haben wir sie reden und sie leute kehrte zum gestorben kapitän zurück ja das ist das ist der wieder oder ist der wieder in der ecke ich weiß gar nicht welche höhe ich glaube bin ob das gebiet gleich aussieht oder nicht doch ich hab gleich blutet vorher hier ok was irgendwie nach links stück über m für map aha kann man hier durch kämpfen ja ja wir gehen wir gehen ja gleich nach rechts auch hier range mich immer nerven durch rein geht nicht erst so weil wir die haben clip an wir können nicht durch sie durchgehen na klar haben die clip an da bist du mal einfach äh so so frech und gehst mal ein bisschen voran aber hier geht es nicht hier geht es nicht rum oder dass ich hier ein shortcut nehmen kann doch oder dachte ich bin so frech und geh einfach ein bisschen voran und pull mir aber wenn da dich irgendwas trifft ist das auch weg das sind viel zu viele die irgendwie irgendeinen komischen range stingsbums machen ja schon mal wie viel ich wie viele entgegen sind hier musste erst mal ich kann ja gar nicht mehr gegen haben hier und die verfolgen dich halt auch die verlieren keine aggro egal was du machst die kommen halt einfach so wie der andere feuer mal kurz richtig normale gestalt ok ich werde sterben hier ich brauche mal eine andere gestalt jetzt dann gehts ok wie komme ich jetzt wieder dahin der gestaltete captain wird der captain sein der da unten ist so so viele auf dem weg da hin natürlich irgend so eine uschi da hinten noch schießt und sich dann noch weiter weg begibt sich dann noch mehr probieren muss naja hier ist der captain auf jeden fall danke haben wir immer weg porten ok hier ist nichts mehr die andere side quest ist wo ach so hier irgendwo oder was ok aber hier auf der insel ist nichts mehr ok dann gehen wir zu dem schreien wir können ja da hingehen wir können ja so hin oder dahin geh mal so hin wir können oh fuck wir hätten auch von hier hin gekonnt hab ich grad gesehen ich denke ich immer die starne bis nicht da und immer noch nicht gelernt dass sie nicht down ist ja der fest kam ja und da rein gehen wir jetzt wie gehen wir jetzt eigentlich lang ach wir sind schon oh das so ein kurzer weg oh das ist das ist irgendwie mondfragment einsetzen das scheint mir ein bisschen wild zu sein hier hab ich oh gott irgendwas beschwören wir leider lagons ist das vielleicht lagorn ja hab ich erkunde den tempel na klar ja das ist er das ist er man sieht ja schon irgendwelche komischen sachen hier man kann da nicht durch schau mal der weg geht hier durch aber man kann da nicht durch vielleicht muss man irgendwie das ist oh das ist er der macht da frei wo du lang gehen darfst das ist wild cool respekt vor dem weil er bestimmt riesig ist ein riesiger Sackgesicht hier schau mal an das ist ein scheiß Tentakel hier ein riesiges Sackgesicht hier so wir können nächstes mal direkt hin porten dann gibt es hier Türen Türen Vorsicht hat sich verdoppelt auf einmal und auf jeden Fall alle Buffs drauf aber ich glaube ja würde ich ganz sagen Inventar sie ist bestimmt voll ist bestimmt voll Mann Gestehen ich kann es schon so viele voll die Schwäche übertreffe sie im Blitzwiderstand 78 Schutz bei Trankernahme, Feuerbeständigkeit Ja, ich muss dann mal kurz weg und dann kommen die Gegner wieder Können wir eigentlich alles verkaufen, außer die Götze Mötze dann nicht Oh, können wir auch gleich eine Quest abgeben hier Jo, hi, hi, hi Jawohl, sehr gerne Das lassen wir mal, obwohl wir das auch gar nicht brauchen, aber Oh Ich glaube, das ist das hier So, ich habe das ja gar nicht verkauft Dacht mir schon Kischten Kischten Hier unten Ich finde die Städte eigentlich sehr gut gemacht Nicht so krass Überfüllt keine langen Wege Sehr stark Sehr, sehr stark Jo, genau Das sollten wir auch Bevor wir Falls es ein Bosskampf wird Sollten wir halt leveln Wir können auch echt nicht überall durch Aber ich erkunde den Tempel mal Schauen wir mal, was Was die Erkundung so bringt Was die Erkundung so bringt Das ist jetzt ein Tarkan hier von dem daneben Okay, mal kurz die Gestalt Wieder annehmen wie normale Und dann gleich gefistet zu werden Von irgendwelchen Irgendwelchen wilden Gegnern hier Splitter Alle auf einmal looten Kommen Ja, super Kein Port ready Nix Nebel Irgendwas Katalysator Was ist das für ein Ding? Einzigartig Runenstein Ich weiß nicht, für was man Runenstein braucht Oder wo das hinkommt Chance auf die Vorrufung von Funkelaufladung Blitzschaden für Funkelaufladung Prointelligenz Habe ich, glaube ich, gar nicht, oder? Erweitert auf Funkelaufladung Das Explosionsbereich 56% mehr Schaden für Funkelaufladung Irgendein Spell Funkelaufladung gibt es Und so trockene Lippen habe ich Und Funkelaufladung Was ist das für ein Viech? Oh, ich, äh, was mache ich denn hier? Energy is dropping Oh Okay Das ist wieder Ende Gelände Ich bin noch im Erkundungsmodus Wer weiß, was da noch kommt hier I'm just more I'm just more I'm just more Ich bin noch im Erkundungsmodus Oh Der wollte boxen Der hat Boxhandschuhe an Jetzt nah am realising Oh, 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 oh Ich kann nicht das jetzt, das tut so weh Stechen, 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 stechen Oh, hier ist der Anfang Gut Den Anfang erkundet hier Kann man auch machen So einen gehen auch kaputt Kann nicht mal lange in der Gestalt bleiben Irgendwann will da Charakter unbedingt raus Okay That's so gruselig Okay, ich kann nicht rechts Ich kann nicht hoch Ich kann nicht links Ich kann nur wieder zurück Okay, und hier lang Vielleicht kann ich hier nach rechts Noch Ja, hier scheint es weiterzugehen Erstmal Ah, ne doch nicht Hier ist auch eine Sackgasse Dann könnte ich Hier nach unten I'm just more I'm just more Könnte ich hier nach unten Hier, hier soll es weitergehen Oder wenn nicht, dann halt da oben geht es auch noch weiter So, noch einen Hallentrank Da ich wieder so viel pullen, dass ich dann sterbe Ja, komm, wenn man zu viel pullen kommt, doch so viel Schaden rein So wie jetzt Kommen halt dran, Spam Wie blöd Und das bringt nicht wirklich viel Oh mein Gott Oh mein Gott Einmal nur probiert Und ja, die Gestalt sofort weg Zack So, dann müssen wir nochmal runter Ja, kannst du nicht machen Du kannst ja nicht zwei Gruppen oder so pullen Also mit dem Chart zumindest nicht Wie es mit dem anderen Chart aussieht Habe ich keine Ahnung Ich habe auch nicht so wirklich Gameplay gesehen Aber, oder zumindest so aktuell wäre es jetzt Spiel nicht Wer weiß Zwei Gruppen der sichere Tod Denn zu viel, zu viel Range Spells, die auf dich zukommen Ja, hier ist Sackgasse, dachte ich mir Aber irgendwas kommt bestimmt hier noch Jetzt hauen die aber wieder rein Jetzt ist es wieder wild Ja Zu viel Puls, dann kommen so viele Spells auf dich zu Du kannst gar nicht allen dodgen Du siehst das halt auch nicht So wie hier Da Wieder tausend Range Spells Oh mein Gott Schon wieder hier Der Weg Jetzt wird das Spiel langsam wie andere Man muss Sachen suchen Man muss weite Wege laufen Bitte geht zurück zur Last Epoche Wie es bisher war Was bisher geschah Last Epoch Ich hoffe, was da wieder kommt Alter, was da kommt Also Ich gehe zum einen hin Komm wieder zehn andere Zu viel gleichzeitig Okay, das sind jetzt diese Gegner, wo man sagen kann Das sind die Ich komme Achso, ich komme ja nicht durch ihn durch Stimmt Na klar Ich komme nicht durch und durch Ich muss hier halt irgendwie Ja, sicher Irgendwie außen rum latschen Wenn ich nicht porten kann, komme ich durch Oh mein Gott Das ist wieder normale Gestalt Psychose Okay, darf ich reißen? Ist doch wieder Sackgasse, oder? Nicht zu weit vor Da ist wieder was Ja, der Typ, ne? Also ich sage ja, ich bin der mehr Kunden Und warum sagt diese Tür Ich muss da weg Dringe ich da noch tiefer ein, oder was ist hier? Die Tiefen des Tempels Yo Geht hier noch tiefer Na klar Erkunde die Tiefen Ja, sicher Ja, ich glaube nicht so viel Brüder Das gleiche Gewicht halt hier oben Oh, der Schaden hier ist Hammer Hammer, was da reinkommt, ey Ich kann nicht aus der Gestalt rausgehen, bin ich aber scheiße, Mann Und ich konnte es nicht halten Die Gestalt Zug So ein beschissener Kreis Um den herum Kein Heildrang mehr Doch Es gibt dann so einen Punkt Auf einmal kommst du so in der Ebene Und auf einmal hast du gar kein Äh Hast du einfach gar kein Damage mehr So wie hier Hatte ich ja vorhin schon mal In diesem einen Schneegebiet Auf einmal hier Ist das auch so Normale Haltung Scheiße Was soll ich machen Was soll ich da machen Ist der aufgestanden wieder? Oder war der noch nie tot? Jo Oh, wieder Wieder, wieder, wieder Unendlich Schaden Hier kommt rein Help Ich kann ja nicht immer auf den Crew dann warten Weißt du musst ja irgendwie weitermachen Geht ja nicht So Das müsste ich mal bald gehen Vier Level sind bestimmt noch ein paar irgendwelche Punkte Dass ich Dass ich irgendwie überleben kann Oh mein Gott Damage Alles kommt hier rein Irgendwelche Wellen von 10 Kilometer Was ist denn das? Sehen wie weit ich der weg gefordert hat Die sechs auch Auf einmal Okay, da kann man anleihen Okay Da wieder steht wieder einer abseits Wenn man zu dem hin Portet Kommt dann 10 andere Gruppen Denn der ist ja weit weg Und dann bis zum Rage der anderen Gruppen Wild Doch, doch Bin ich mir sicher Dass der Dead nicht taken will Wird für oder später Frost Dead ist ein ganz Ist ein ganz wilder Dead ist ein ganz wilder Sag ich dir Geht nicht mehr Muss aus der Gestalt raus Kann man nicht Unendlich Hinauszögern Geht halt immer schneller raus Aus der Gestalt So Sekunde ich die Tiefen Ich glaube Tiefer Immer tiefer Gehe ich dann Die Scheiße Immer tiefer In die Scheiße Immer Dieper Hier Gags Einsam In der Nacht Alleine Gegen die Monster Gegen die Monster Hier Hier Home Alone Hier Hier Oh blitzdings, jetzt sind ja noch mehr Sachen Die Monsterdichte hat extrem zugenommen Oder die Range, was ist denn für ein Wichser hier am Rand, der auf einmal auf dem Boden diese Scheiße macht Ich muss jetzt da hin, oder was? Jetzt bin ich im Sanktum, finde Lillard und versuche sie umzustimmen Oh nein, das klingt nach hey, ich bin anderer Meinung Hey, ich bin nicht deiner Meinung, lass uns kämpfen Lass uns kämpfen, wir haben verschiedene Meinungen Hier ist eine beschissene Grise Maschine hier Die ist schlimm Die Maschine ist schlimm Ja, hast du mehr Ausdauer? Ich habe keine Vitalität Ich habe mir krass, krass Rüstung Ausdauer ist gleich Das sind marginale Unterschiede Ah ja, hier, guck mal Oh mein Gott, das schaut krass aus Oh Gott, was ist jetzt? Hey, ich bin nicht deiner Meinung Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Das ist eine Boss Arena Also wenn das keiner posten hat, weiß ich auch nicht Ach du heilige Scheiße Nein, so ist es Ja, siehste Und Lilith Ich bin nicht deiner Meinung Ja, ich auch nicht Ich bin nicht deiner Und du bist nicht meiner Lass uns kämpfen Hey, was soll schon passieren? Also, dass ich jetzt draufgehe Was ich will Ich bin gespannt, was für Ad kommt Mal ja noch mal Ad, willst du denn hin? Jo, freut dich halt irgendwo hin Na da Ich bin armen, wer hat die denn? Scheiße, normale Gestalt Der ist vorbei Aber so kann ich zumindest Die, die Die, die Die, die Die, die Die, die Die Gestalt Aufbauen, oder? Oh, wenn ich hier nicht sterbe Direkt so Und wo? Da Oh, noch weiter weg Ja, hier, da Hier ist ein Ad Gib mir das dann halt In grau Normale Gestalt Scheiße Kurz irgendwie Zeit überbrücken Boah, nee Was ist hier jetzt? Das hat jetzt schon wieder Weggeportet, oder? Wieder woanders hin Okay, lol Sogar letzte Halten Ich hab den Halten Benutze ich Lab Damit ich Die Gestalt Verlängere Nicht, dass ich mich heile Aber so ist das halt Manchmal Was willst du machen? Oh, normale Gestalt Anders spielen Aufpassen Ach, die ist noch da Ich dachte, die ist Weggeportet Yo Chill, 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 chill Ich muss gut auf die Gestalt warten Ja, jetzt Ist sie weg? Okay, gut Na, mich an die hier Halterang Super Oh mein Gott Kein Halterang Getropped Schade Das sind Ah, hier ist einer Oh, normale Gestalt Beim Ankommen Oh, ungünstig Ungünstig Kein Halterang Kann doch einer Okay Das war Das Also What the fuck War das jetzt eben Ich komm Gar nicht zu ihr hin Ich komm Gar nicht zu ihr hin Alter Ja Ja, aber ich Jetzt hab ich Protect Jetzt bin ich Oh Gott Jetzt kommt der andere Oder Jetzt kommt das Riesenmonster Oder was ist das Kolosseum Am Meeresboden Yo Okay Okay Kein Halterang Überlebe Lagons Prüfung Ja, na klar Hallo Hi Ich hab keinen Halterang Ja Okay Ich wollte Durchporten Aber Bin mir nicht sicher Ob ich das Genüge Ja Wieso Ist denn meine Ah Krass Das quetscht So Die Eier Dieses Quetsching Soul Ich wollte eigentlich Skillen Ah, guck Test mal nochmal Dann skillen wir mal Weil ich hab viele Skillpunkte Ja, wir können jetzt Skillen Guck mal So Viel ist vielleicht Übertrieben Wir brauchen Irgendwie Altab Es ist gut Wo sind wir denn Hier Fünfmal auf diesem Schädel Da Hab ich Okay Achso, das war's Oh, das achtmal Okay Fangen wir den Fluch an Sind wir da Da, das dreimal Haben wir Und dann Die Sense Immer gut Dann die Sense Selbst wieder Hier Dreimal Jo Dann Schnittergestalt Bester Name Schnittermitte Sind wir da Drei von vier Haben wir Und dann Vier von vier Gut, haben wir Äh Das Teleporten Dings da Ähm Hier Äh Drei von drei Das ist ein komischer Kopf Gut, und dann Das hier Äh Hier oben Den Stocky Blood Der Lasten für drei Sekunden eine Blutlache Die Gegner verlangsamt Joa, gut Okay, und das jetzt Achtmal Ich hoffe, dass es das Irgendwie ausmacht So, erstmal Das Schild Hier Dann Hier nochmal Rein Nochmal Hier rein Und nochmal Hier rein Gut Dann Hier Das da Behindert den Verlust Durch Kontinuerliche Die Zeit Keine Auswirkung Auf LP Verlust Gegenfähigkeit Die Schnitt Schaden Okay Haben wir Was haben wir noch Noch drei Punkte Dann haben wir hier Zack Das Das Laufen Wenn du das Engel freingehst Hast du die Dauer Und du das Engel Ja Okay Speed Kann ich dann so machen Rumlaufen Dann hier Drei rein Und noch einen Da Das Da Dann Fest Jetzt müssen wir dem Seine Major Prüfung Überstehen Und ich glaube Wir haben hier Wir haben hier Nichts Was denn das Zauberschaden Für Flüche Nein Habe ich keine Hä Natürlich Ich habe Flüche Lohne Knochentuch Weniger Gesundheitsregeneration Bin ich mir nicht sicher Bin ich mir nicht sicher Ja Wird schon passen Wenn wir es jetzt nicht schaffen Machen wir es das nächste Mal Wir gucken einfach mal Wir haben hier Fall dem Seine Prüfung Überleben Wieso komm ich nicht in die Gestalt Ich komm nicht in die Gestalt Jetzt geht es wieder Hä Ich bin nicht in meine Gestalt gekommen Die ganze Zeit weh gedrückt Und der Gestalt kann ich auch Totten und alles Ach das ist ein anderer Spell hier auf einmal Seenenschnitt Achso ich bin in der Gestalt drin Ja ja Ich bin nicht Sehr gut Hallo Oh der macht noch so ein komisches Kralle da Ja Ja Aber das geht nicht Das ist fies Oh mein Gott Enger Platz zum Kämpfen Sag ich da Oh Lauf 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 Alter Halt rank Okay Okay Muss in der Mitte sein Hier Für das Ding Am besten Kralle Kommt Achso muss man sich dann wegporten Oder so Wie ist das denn gedacht Mitte für Laser Ja hier Passt Halt rank Oh mein Gott Kralle Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich die sehen soll Okay mal Mitte für Laser Was ist das Oh ne Nicht da rein Nicht da rein Laser Okay Dann können wir Boah Der ist irgendwie stehen geblieben Gerade Panik Ich brauche meine Gestalt Oder Jetzt Mitte für Laser Oder Weiß nicht Ich weiß nicht Laser Laser Ja Ey Ich hab so Ah Ja Natürlich bin ich Stingen Weil er mich getroffen hat Na klar Boah Oh mein Gott Jetzt bin ich woanders Es kommen irgendwelche komischen Sachen hier Ja ist ja gut Chill 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 Ist das gehört das zu prüfen dazu Da muss ich einfach diese Sachen Schon Tentakel ne Ja Schätze ich mal Aber theoretisch könnte ich bei den anderen Die Heiltränke aufladen Aber irgendwie Da kommen nicht so viele Zum Räuschen Gürtel Was 100% Heiltränke droppt gibt Das habe ich ja schon gesehen Oh da sind noch ne Menge Tentakel Normale Gestalt habe ich Scheißen Dreck man So viel Und ich hab normal Nein Ein so ein Ding Hat mich erwischt Bei der normalen Gestaltung Das war's Boah Und von Anfang Okay Ob wir das noch heute machen Weiß ich nicht Es ist schon spät Es ist schon spät Ich wollte so ne Minute aufhören Morgen wieder frisch hier ran Kralle Ach das in der Mitte ist hier auch Du kannst ja da auch nicht aus Die Kralle kommt immer auf einen Oder Ich weiß nicht Die Kralle kommt immer auf mich Boah Also ich kann da nichts machen Bei der Kralle Keine Ahnung Ich hab auch keine Heiltränke mehr Vielleicht Einfach in der Zeit Und Port mir das aufheben Oder wie Ziemlich getroffen Nee oder Weiß nicht Digga Diese Kralle ist ja Ist ja Wichser Nochmal Ich wollte auf die andere Seite Gehen aber zum Glück Aber jetzt bin ich hier Nein nicht der Kreis Oh wow Ein HP Reicht noch oder Das ist auch Ich kriege keine Heiltränke hier Was ist denn jetzt So Ja normale Gestalt Ein so Oh Ein so ein Ding Mich trifft Mich trifft Das ist Das ist Abnormal Dass man hier Ausweichen muss Boah Hat mich so vor War das der Aus der Haltung Aus der Haltung Aus der Haltung rausgebracht Boah So viel Schaden Wie ich kriege Ist krass Ja Top frisch Top frisch machen wir das Deswegen Last Epoch Tag 2 Himmel zu Ende Fertig Zack Bis zum Glück Bis zum Glück